Verkackte Spiele so. Das letzte Endlevel ist nur so scheiß Rotzlevel. Muss ja auch schwer sein, ne? Oh man, dann hat er mich wieder eiskalt die Klippe runtergenockt. Wieder? Ja, ich kenn das ja schon. Ich glaube, das ist immer bei dir. Ja. Ich hasse dich. Ich glaube, dich hassen die auch. Mich hasst jeder. Ah, fuck. Nein. Du wolltest doch nicht rein. Komm, das Geräusch vom Elefant ist doch süß. Das ist wie so ein Schwein, wenn du so auf den Würzel tritt. Vielleicht kommen die Kehrmaschine wieder. Ja, das sind eindeutig Kehrmaschine. Nein, der bumst mich. Nein, der bumst mich. Der bumst mich. Der bumst mich richtig hart. Oh, ja, ja, ja. Geil, 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 geil. Oh. Geil, 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 geil. Das sind Schneeräummaschinen. Ja, das ist ne Schneeräum-Wix-Maschine. Mach weg, war wieder. Du kannst dich da nicht gegen wehren. Nothing kannst du dagegen machen. Das sind alles die Hater, wo wir die Münze geklaut haben. Jetzt sind die auch pink angelaufen. Deswegen sind die das. Hm. Das sind alles Hater. Ja, so Hater wie du. Mäh, mäh. Komm wieder, mäh. Schlimm ist, du musst ihn noch nicht mal nehmen. Ja, ich weiß. Du nimmst ihn eigentlich nur mit, damit du am Ende den Bonus bekommst wieder. Spritz. 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 Das ist ein Hater durch ein Spiel für dich. Oh, ich spritzen darf. Spritz, pass auf. Ich bin nicht bescheuert. Haltet die Augen auf. Und Spritz, zähl ich auch an. Mhm. Du mich auch. Spiele, spiele mit dem Krokodil. Krokodok. Spritz. Krokok. Du bist geburt. Na. Okay, sah ein bisschen leider aus. Spritz dann oben. Ja. Ich glaube, du kannst an der Luft, wie sagst du, ich meine, du kannst an der Luft spritzen. Wemann, siehst du? Zu Timing, aber... Aber ist hilfreich. Achso, du verballerst das alles. Wir sind überall Wasserfälle. Ja. Ich frage mich, was das für eine Steinwand ist. Du kannst aber noch umschießen. Verraschen. Will mich aber nicht lassen. Ja, musst du drunter herspringen. Ah, jetzt. Musst du drunter herspringen halt. Unter herspringen ging ja gar nicht. Wenn er runterfällt, musst du rüberziehen. Das Fass. Ja? Ja. 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 Jetzt gibt's noch. Ich darfst du erst mal gegen deine Kehrmaschinen. Coindoser heißen die. Ey, der ist ja einfach. Aber der nervt. Der bumst mich so hart ins Leben, ne. Das Schlimme ist, die sind überall. Ja. Nein, 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 nein. Dann wubs ich auch wieder an ins Leben, Alter. Jetzt werde ich im Leben ganz schön dezimiert. Bei dir. Oh, Armino. Dieses Spiel, das hasst mich so. Armino. Du hast so'n Knall, aber gewaltigern Knall. Bowling in your face. Spritz. 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 Duft zum Treffen. Du Sacke nicht. Schießt da einfach immer. Hast du genug Munition. Na, wann kommt er? Wann kommt er? Erst mal los spritzen schon mal. So anwandern. Nein, du kommst hier nicht vorbei. Wollte eigentlich so machen. Ich drücke zum Schießen einfach nur. Das ist kein Spritzi mehr. Ich hasse das. Nein, du Arsch. Ich mag das. Das findest du lustig, ne? Ja. Spritz, Spritz. Ich hab' 99 Bananen in deinem Kopf. Fleisch hat so einen Schaden im Kopf. Wow. Ich hab' doch einfach. Geht das gleiche nochmal rückwärts los. Ach ja. Guck mal, da wär' auch voll in Donkey für dich gewesen. Oh oh, nicht mal so viel Spritzis. Wehehehe. Er geht ganz behusam wie ein Aasgeier auf seine Beute. Spritz. Guck mal, wie süß der guckt. Voll süß. So wie du, wenn du am Lutschen bist. An ein Bäumchen oder ein Eis. An ein Bäumchen oder ein Eis. Nein, nicht drüber werfen. Stell dir auf den. Oder du lässt das fast einfach fallen, weil du runterfällst. Mega. Tschüss. Du musst direkt immer weitergehen. Immer weiter. Geht doch. Oh mein Gott, ey. Nein. Flash reicht. Flash reicht. The Pillman. Nee, du bist ein Spasti. Weiter geht's. Wenn ich dich meine, dann sag' ich Spasti. Hi. Dann passt das schon. Guck mal her. Aber heute haben wir wenig. Guck mal her. Aber ne? Ja, ist doch schön. So anfangen so ein bisschen. Oh, 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 oh. Jetzt fängt's los. Jetzt geht's los mit Leggen. Guck mal her. Guck mal her. Oh, der will nicht. Muss du generell so machen eigentlich, ne? Ah. Ich wollte eigentlich rüber springen, aber der hat mich ja wieder ins Leben geholt. Ja. Widerliches Level. Ja, aber nochmal. Bist du auch schon fast da? Ah ne, hier kommt ja noch Schneelevel. Stimmt. Schneelevel, Schneelevel und. Ja. Schneelevel. Und Muschellevel. Und Muschellevel. Stimmt. 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 Ich bin jetzt zwei Level vor dir. Stimmt. Nein, wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Feuerbahns, Feuerbahns 3. Ich bitte dich. Achso, das ist das jetzt. Ja, schnappi. Das kleine Kokodil. Ich mag grüne Fische, aber die roten nicht so viel. Ich weiß gar nicht, die roten darfst du glaube ich auch essen. Nur die Muscheln darfst du nicht frissen. Die Muscheln nicht. Die magische Miesmuschel. Ja, die darfst du ja auch nicht essen. Die ist ja auch magisch und mies. Hm, du bist behindert. Und das Schlimmste musst du immer essen. Äh. Frazy Frazy. Weil sonst sagt er Fick dich. Mhm. Und dann frisst dich. Ja. Komm, mach nach, nach. Freiß mir so richtig in den Arsch. Ja, aber dann kommt er weder lila, dann wieder so komisch ist. Nein. Nein. Oder wird er so rot? Bei dir hätte er in der Zeit schon mehrere gefressen. Ja, weil ich einfach nur durchgeschwommen bin. Ich nehme ja nicht alles mit. Nein. Hat er nicht. Ja, manchmal sieht das so aus, weil er so nach hinten geht, aber... Perfekt. Ja, gut. Bei mir sah das nicht aus, ob ich den berührt hätte. Dreh dich einfach, wenn du zum Beispiel Fisch siehst. Dann drehst du schlimm so hoch und drehst dich ein paar Stunden. Ja, aber bei mir sah das eben nicht aus, dass ich den berührt hätte. Doch, ich habe ihn nicht berührt. Ich habe es ja genau gesehen. Aber ich habe auch gesehen, da war ein ganz kleiner Leck drin. Wenn du einmal. Na? Willst du ja mit mir Pop-Spiele machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Du stinkst aufs Maul, ey. Ganz ehrlich. Einfach durchwaschen jetzt, ne? Ja. Guck mal, ich gehe jetzt mal nach oben und halte ihn hoch. Und tschüss. Schlimm ist, wenn beide da stehen. Du kommst nicht mal rüber. Ja. Du nutzt dich voll, aber. Naja. Ey, der schützt dich ja nur. Der hat Angst, dass ich noch mehr klaue von ihm. Dann sagst du weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Sagt der Dreck, Dreck, Dreck. Vor allem, wie lange die Affen unter Wasser atmen können. Ja, das sind, äh. Ja? Wasseraffen. Underwater, äh. Affen. Wasseraffen? Mhm. Das sind Wasseraffen. Die können das. Guck mal, der atmet doch. Der hat doch Kiemen. Ja. Und sie kaut weiter ihre Wasserkaukommi. Aber auch nur an den Füßen. Ne? Ja. Ja. Das sind seine Schwimmflossen. Da hat er auch gleichzeitig seine Kiemen, dass man die gar nicht sieht. Ja, genau. Durch den Sockenfilter-Geschmack, kommen auch keine Schmutzartikel rein. Und durch den Socken filtert er das Wasser, ja. Ja. Und sie hat halt ein Unterwasserkaukommi. Mhm. Wow. Magisch. Er hat gehickst. Da hat er gerülpst. Ja. Bei der anderen hickst er immer hick. 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 So ein Frissack. Nein. Komm her. Hm. Rot. Meiiiin Gott. Nein, Centus. Jetzt bist du auch kein Gott. Boah, ich dachte... Nein. Okay. Neue Runde, neues Glück. Wow. Hick. Warte, jetzt muss ich wieder... Bis Fressack wieder weg ist. Hick. 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 Du näherst. Du spielst. Juck. Komm schon. Er kommt da nicht weg. Komm da nicht weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wollen wir hier kurz die Aufnahme beenden? speichern und dann können wir weitermachen.